1. Bar bübelt, NBA-Star Stephen Curry wieder Papa geworden Wie hielt das Paar damals noch für sich, nun, da der Spross auf der Welt ist, wurde dieses Geheimnis allerdings gelüftet. Und A.S.H. dürfen sich nach zwei Töchtern über einen Sohn freuen. Am 2. Juli machte Kind Nummer 3 das Familienglück perfekt, wie die stolzen Eltern auf Instagram mitteilen, mein Herz ist erfüllt. Gott war zu gut zu uns, beginnt die frischgebackene Mama ihren Post, er kam früher zu uns, als wir dachten und wir könnten nicht aufgeregter und dankbarer sein. 5-köpfige Familie. Dazu teilt die Kochbuchautorin das erste Pick ihres Sohnemanns und verrät sogar bereits den Namen, der jüngste der Rassel-Bande hört auf den schönen Namen Kanon. Auch Gatte kann sein Glück kaum in Worte fassen. Auf dieser Reise, auf dieser Suche. Beschütze mich und ich bin gesegnet. Kanon wie. Jakuri, schreibt der Golden State Warriors Spieler ebenfalls zu einem putzigen Schnappschuss, auf dem er beschützend die Hände um den Kopf des Neugeborenen legt. 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 Vielen Dank.